Ich bin heute für mein Interview zu Besuch bei Theresia Maria Wuttke. Hallo Frau Wuttke. Und zwar bei der Theos Consulting mit ihrem Sitz in Hofgeismar. Frau Wuttke ist für mich eine interessantere Gesprächspartnerin, denn sie ist seit über 18 Jahren mit dem Thema Business und Spirit unterwegs. Hat auch schon so ein paar Auszeichnungen sowohl als Unternehmerin als auch als Speakerin bekommen und da möchte ich gerne mal für die Zuschauer fragen, was steckt denn dahinter, hinter Business und Spirit, hinter der Theos Consulting? Also die Theos Consulting ist jünger als die Arbeit Business und Spirit. Ich war zunächst als Einzelunternehmerin unterwegs und habe gar nicht vorgehabt in die Wirtschaft zu gehen. Obwohl ich in meinem ersten Beruf Bankkauffrau bin und später Pädagogin und Erwachsenenbildnerin wurde und auch Psychologin, Tiefenpsychologin, war das überhaupt nicht meine Idee, sondern die Idee hatte ein Kunde von mir, der in meine Tiefenpsychologische Praxis kam, in der ich schon auch systemisch gearbeitet habe. So ist das mal entstanden. Und was hat der gemacht, dieser Kunde? Dieser Kunde hat erst mal an sich selbst gearbeitet, systemisch gearbeitet und der Kunde hat ein schönes Unternehmen und hat gesagt, ach wissen Sie, in mir und in meiner Familie überall ändert sich so viel, das hätte ich auch gerne in meinem Unternehmen. Hätten Sie nicht Lust, so etwas für uns zu tun? Ja, und dann haben Sie sicherlich sofort ja gesagt. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, weil ich war ja ganz glücklich mit meinem Haus der Mitte, was ich gegründet hatte, wo die Menschen zu Seminaren kamen, transpersonale Psychologie Ausbildung gemacht haben, Meditation, die Heilung des inneren Kindes, also alles Themen, wo der Mensch sich selbst weiterentwickelt. Und da war mir das wirklich fern, jetzt irgendwie ins Business zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich stelle mir vor, da ist auch eine ganz andere Sprache erforderlich. Ich meine, da kann man nicht so einfach mit dem inneren Kind reinkommen. Erzählen Sie mal, wie hat sich das dann entwickelt? Also ich habe es entwickelt in drei Jahren. Ich habe mich dann noch mal konkret hingesetzt und mir überlegt, was braucht es alles im Unternehmen? Ich war ja in der Bank. Also insofern war ich schon kundig, was ist Business, was gehört da alles hin? Und brauchte dann erstmal die Übersetzung in die Sprache, dass ich im Business auch verstanden werde. Und hatte nach kurzer Zeit für mich auch klar, also im Unternehmen gibt es harte Faktoren, das ist Management und dann gibt es die weichen Faktoren, das ist die Arbeit mit den Menschen, Führung. Und dann arbeiten diese Unternehmen ja in der Regel nach Zielen, Maßnahmen etc. pp. Und dann habe ich gedacht, aber das, was dieser Unternehmer von mir will, ist nochmal was anderes. Denn der sprach von Werten und einem Fundament und einem ganz anderen Führungsverständnis, das er gerne hätte. Und dann habe ich überlegt, ja wie könnte das gehen? Und habe da geschlagene drei Jahre dran gesessen, das zu erarbeiten. Habe mich natürlich auch mit ihm ausgetauscht. Geht es so in die Richtung, wie sie sich das vorstellen. Und es wurde immer runder und immer besser. Und eines Tages hat er dann zu mir gesagt, sind Sie jetzt endlich fertig? Habe ich gesagt, Moment mal, das dauert eine Weile. Das war wirklich auch, weil es so viele Ebenen sind, die bedacht werden müssen. Habe ich geschlagene drei Jahre daran gearbeitet und dann sagt er, so und jetzt fangen wir an. Und dann ging es los. Und dann haben wir angefangen, haben sein Unternehmen auf ein Wertefundament gestellt, haben daraus Führung und Management entwickelt. Also die Philosophie und die Mission. Die Vision, wo waren die überhaupt hin? Wie wollen sie das erreichen? Etc. Pp. Haben Aufgaben und Rollenverständnis geklärt für ihre Mitarbeiter und Führungskräfte und angefangen, damit zu arbeiten. Wow, wie lange hat dann das gegeben? Das ist ja nicht nur einfach mal so ein Workshop in drei Tagen. Das hört sich ja nach richtig gründlicher Arbeit an. Es ist auch eine gründliche Arbeit. Hört sich nicht so an. Also ich würde mal sagen, wenn ein Unternehmen so ein Change-Prozess, wir sind ja heute, sprechen ja immer in englischen Begriffen, nicht wahr? Also wenn so ein Change-Prozess anliegt, das geht schon über zwei, drei Jahre. Und genau so war das auch. Und das Tolle war, dieses Unternehmen ist so in Strahlen geraten, in solch wunderbaren Erfolg gekommen, weil sie auch ein anderes Kundenverständnis entwickelt haben, anderes Verständnis für ihre Lieferanten, für all die Personen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das hat sich natürlich rumgesprochen. Und die haben dann ihre, nicht nur ihre Kunden, sondern auch mit all den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, so viel Wertschätzung entgegengebracht. Und da ist dieser Satz geboren, Wertschöpfung entsteht durch Wertschätzung. Genau. Sehr schön. Ja. Da steckt viel Arbeit drin. Also das ist dann die Essenz dieser Arbeit. Genau. Also Wertschöpfung durch Wertschätzung. Das ist aber noch viel mehr, aber so einfach gleichzeitig und praktikabel, dass es alltagstauglich ist. Ganz genau. Das ist immer so mein Anspruch, dass die verrückten oder die schönen Ideen, die ich hier oben habe, dass ich die auch, dass die bodenständig sind. Die müssen bodenständig sein. Wertschätzung ist ja jederzeit möglich durch meinen Ausdruck in dem Fall. Genau. Ein Danke, ein Lächeln, etc. Genau, genau. Ja, und dann habe ich ja gehört, Sie schreiben auch ein Buch, Frau Wuttke. Das wird den gleichen Titel haben, richtig? Business and Spirit. Auch Sie sind Englisch unterwegs. Business and Spirit, so wird es heißen. Was jetzt in der Arbeit noch dazugekommen ist, in dieser gesamten Arbeit ist eben das gehirngerechte Lernen, dass wir die rechte und linke Hirnhälfte schön miteinander verbinden und auch mit dem Herzen. Achtsamkeitsübung und Meditation für Führungskräfte, sodass im Grunde genommen mit einem ruhigen Geist gearbeitet werden kann und die Menschen gar nicht erst in so ein Ausbrennen kommen, höher, schneller, weiter, sondern bei Business and Spirit geht es um organisches Wachstum, gesundes Wachstum. Ja, also das spricht mich sehr an, weil das Thema Präsenz bedeutet eben auch, dass hier nicht ständig Paralleluniversen rotieren sind, wenn ich das mal so nennen darf. So nach dem Motto, ich sitze im Workshop und vielleicht kennen Sie das auch, fragt sich dann schon, was muss ich heute Abend noch einkaufen und dann komme ich hier raus, etc. Sondern wirklich volle Präsenz, die einfach für eine Ruhe und Stabilität sorgt. Und das Buch wird dann das alles vereinen, was jetzt die ganze Erfahrung ist. Sprechen Sie da die Methode an? Ist das überhaupt eine Methode und auch Ergebnisse? Ja, also Methoden ist so ein, ist beliebt in Business, Methoden, aber ich habe es verändert. Ich sage, wir arbeiten prozessorientiert. Das heißt, da wo das Unternehmen ist, da wird gearbeitet. Das ist eine sehr strukturierte Arbeit und ich habe dazu ein Format entwickelt, vom Was zum Wie. Weil im Business ist, habe ich kennengelernt, in den großen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe oder noch arbeite, da wird immer gefragt, wie kommen wir dahin? Aber selten gefragt, was ist eigentlich die Situation? Also es fehlt oft die Analyse, das genaue Hinschauen und dann entwickelt sich daraus das Wie und was werde ich in dem Buch beschreiben? Also wie so ein Weg des Unternehmens aussehen kann, an Beispielen. Ich habe wundervolle Unternehmer, die auch dazu etwas sagen wollen. Die kommen in dieses Buch selbstverständlich auch als Wertschätzung. Das ist sehr schön. So, dass ich glaube, dass es etwas ist, es wird bestimmt jetzt kein Krimi, aber es wird ein Buch, in dem auch das Abenteuer Unternehmerschaft mal wirklich zum Ausdruck gebracht wird. Ja, und Theorie und Praxis gleichermaßen angesprochen werden und ja, dann kann ja jeder Unternehmer, wenn ein Unternehmer so einen Esprit hat, wie der, der sie damals nicht in Ruhe gelassen hat. Ich fand das ja wirklich, wenn ich mir das so anschaue, da ist jemand, der drei Jahre an jemandem dranbleibt, weil er etwas spürt. Ich finde das großartig. Das ist ja ein Schatzsucher gewesen und endlich hat er ihn die Tür aufgemacht. Das finde ich großartig. Und dieses Buch gibt ja auch anderen Unternehmern die Möglichkeit, auf sie zuzugehen. Vielleicht darf ich noch kurz erwähnen, dass ich im Moment in einem großen Konzern arbeite und das ist etwas Großartiges, dass diese Arbeit jetzt auf Konzernebene angekommen ist, wo vielleicht Menschen sagen würden, ja, wie soll das alles verwirklicht werden? Die Vorstände sind ja in der Regel gar nicht so lange da. Wenn aber solche wunderbaren Vorstände, wie ich sie getroffen habe, herausgefunden haben, dass Entwicklung in das Neue, also in das digitalisierte Zeitalter genau diese Führungskräfte braucht, die ganz nah am Menschen sind, ganz nah am Kunden, damit eine sinnerfüllte Arbeit stattfinden kann, dann passiert auch in so einem Riesenunternehmen eine ganze Menge. Und diese Führungskräfte und die Unternehmerschaft kommt auch in diesem Buch zu Wort und da freue ich mich drauf und ja, bin da ganz glücklich drüber. Ja, denn, also Sie haben gesagt, es gibt Struktur und Ordnung in diesem ganzen Prozess und ja, ich denke, wenn dann Sie das Unternehmen alleine lassen, die müssen ja auch alleine dann klarkommen, dann geben die ja diese Struktur und diesen Halt auch weiter. Und in Zeiten der Digitalisierung höre ich, ich weiß nicht wie es Ihnen geht, selten, dass auf den Menschen geachtet wird. Aber Wertschätzung bedeutet ja, auf den Menschen zu achten. Genau. Und ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung und ich kann nur sagen, dass das dann auch in so einem großen Unternehmen funktioniert, in diese neue Zeit gehen zu können. Ja, also Sie sind wirklich am Puls der Zeit, Frau Wuttke. Ich sage herzlichen Dank für dieses Interview und bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Und die Adresse von Frau Wuttke, die blenden wir noch ein oder wir legen Sie dazu. Dankeschön. Vielen Dank.